Moin Leute und herzlich willkommen hier bei meinem ersten CSGO, was auch immer. Vielleicht wird es ein Let's Play, wie auch immer, aber jetzt habe ich mir gedacht, nehme ich für euch mal eine Runde Deathmatch auf, aktive Dienstgruppe Lows. Ich habe mir gedacht, es ist einfach viel zu lange, wenn ich ein Rank-It aufnehme, wenn das manchmal eine Stunde dauert. Und das wäre einfach ein wenig unnötig und bringt einfach gar nichts, wenn ich dann mal eine Runde habe, die voll verkackt ist. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr ein Rank-It sehen wollt und ich dann die langweiligen Stellen einfach rausschneide oder sowas. Könnt ihr einfach mal sagen. Und ich hoffe jetzt, dass ihr meine Mutter nicht hört und gerade habe ich irgendwas mit der Maus. Da ist sie. Na komm, so. Counter-Terroristen. Die Hyper-Beast. Guerra Hyper-Beast. Oh gut, eine Map, die ich nicht kenne. Geil. So, so macht man das hier. Habe ich gesehen, hier wird... Ja, ich bin besser. Oder auch nicht. Ja, ich bin echt scheiße. Habt ihr schon gesehen? Kann man hier drauf? Nö. Kann man nicht, gut zu wissen. Ja, schieß doch auf mich. Nichts Waller hier. Shit. Ah, schade. Naja, aber es war nur nicht mal knapp, also von daher. Hoppala. So. Ich zeige euch einfach mal hier ein bisschen die Hyper-Beast. Weil es ist schon richtig scheiße. Braucht ihr mir nichts zu sagen. Seht ihr hier? So sieht der Hyper-Beast aus. Und da kam er mit der AWP. So. So. Ist hier irgendwas? Nee. Sieht nicht so aus. Hier schnicht's. Sieht so aus, als wäre hier was. Die Tür geht nicht auf. Die auch nicht. Was eine Verarsche. So viele Türen und keine geht auf. Oh Mann. Bin ich auf Y gekommen? Das gibt's doch gar nicht. Da hab ich was gehört. Hab ich so einen gesehen. Der hat mir einen Headshot verpasst. Headshot-Sondergleichen hier. Wie schon gesagt, ja ich weiß, ich bin scheiße. Braucht ihr mir nichts zu sagen. Mich nicht. Jetzt hängen hier alle bei W-Raum oder was? Ja, ich geh jetzt hier rein und mach hier alles kalt. Da ist einer. Dem hab ich einen Headshot. Oh, der kam mir der Ase. Sowas mag ich. Das war meiner. Den hab ich auch bekommen. Oh. Noch einer für Papa. Der war auch mir. Oh, da kommt einer von der Seite. Da hab ich doch einen. Oh Mann. Verdammte Kaka. Hätte ja was werden können. Dem hab ich einen schönen Header gedrückt. Okay, der stand direkt vor mir. Aber egal. Der ist auch mir. Ah, Mann, du hast den Rest. So. So, ja. Beim nächsten Mal werde ich auch darauf aufpassen, dass ich die anderen Leute ausstelle, bevor wir spielen. Oh, der hat mich mit der AK bekommen. Wo bin ich denn hier? Obwohl, die Map hab ich, glaub ich, so einmal gespielt. Da hab ich einen gesehen. Da hab ich ja einen gesehen. Er ist ja mit einer Negev angekommen. Oh, der hat mir einen schönen Header gegeben, auch wenn ich sowieso nicht lange gelebt hätte. Nein, auf mich wird nicht geschossen. So. Boom. Ich glaub, das ist mein bestes Mal seit vielen. Ist doch gut. Jetzt, wenn man mal einmal aufnimmt, dass das alles funktioniert. Den hab ich gesehen. Ja, ich hab immer noch keinen Knife. Traurig, traurig, aber wahr. Oh, der Kamer war schön um die Ecke. Es ist ja hier sowieso egal, da das nur ein Deathmatch ist und nichts Wichtiges oder sowas. Wo es um irgendwas geht. Oh. Headshot. So. Und hier raus. AWP. Ich hasse AWP. Vor allem Leute, die damit umgehen können. Und da kommt derselbe wieder, glaub ich, war das, oder? Oh, das war echt böse. Ist hier drin. Dennoch will ich hier nicht zu weit nach draußen, weil... Dann da am Ende... Oh Mann, da kommt einer von hinten. Wollt gerade auf meine Pistole switchen und den wegnatzen. Oh Mann, warum gibt's hier keine deutschen Menschen? Oh Mann, warum gibt's hier keine deutschen Menschen? Mit mir ist, glaub ich, einer... Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Das hab ich noch nie gesehen, aber... Zumindest ist es immer schön zu wissen, dass es hier einen Gang gibt. Da ist niemand. Da ist einer, der einen Kumpel von mir wegnatzt hat. Oh, Doppelkill, das war... Das war bei... Ach, nicht ein Treffer. Ich hab einfach drauf losgeballert. Ah ja, I know, das war scheiße. Das ist der Deutsche, wie wir gesehen. Ach, komm, das gibt's doch gar nicht. Lieber zu viel geschossen, jetzt zu wenig. So, ich hoffe, euch nerven die jetzt grad nicht. Da ist einer drin, das hab ich gesehen, aber der hat mich weggeholt. Vielleicht nerven die nicht mehr, keine Sorge. Vielleicht sind wir sie los. Okay. Hier mal ein schöner Hyper-Biest. Meine Puls. Ein bisschen XP. Haben aber keinen Drop bekommen. Naja, ich hoffe einfach, dass es euch gefallen hat. Das Video wird wahrscheinlich so am Samstag kommen. Und falls ihr mehr haben wollt, einfach einen Daumen hoch. Könnt ihr gerne auch unten in den Kommentaren diskutieren, wie ihr das findet. Ob ihr das geil findet oder eher Scheiße, ob ich das lieber lassen soll. Das überlasse ich dann euch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.